Die Quartalzahlen von Nvidia sind draußen, dem KI-Chip-Produzenten. Und wieder wurden die Erwartungen übertroffen. Sollst du jetzt noch einsteigen, sollst du verkaufen, ich zeige dir als ausgebildeter Analyst meine Meinung zu fundamentaler Sache und bleib dran, am Ende zeige ich dir auch einen technischen Ausblick, wie weit die Aktie noch steigen kann. Los geht's! Hallo, mein Name ist Marc und wir wollen direkt mit den aktuellen Zahlen einsteigen. Ich hatte ja bereits in einem Video etwas früher zu den Q2-Zahlen gesagt, dass ich die Aktie weiterhin für sehr gut halte. Könnt ihr euch übrigens hier anschauen. Übrigens, ich habe selber Nvidia-Aktien, ist meine größte Position im Depot und wir schauen mal direkt, wie die Zahlen waren. Wir sehen, dass der Umsatz im Vergleich zum vorher rasant wachsen konnte und über 206 Prozent, also das gleiche Ergebnis, so ein ähnlich gutes Ergebnis, wie wir es im letzten Quartal haben. Wahnsinn! Und dann sehen wir, dass der Gewinn, und das ist ja für uns auch als Analysten maßgeblich, wie wir eine Aktie bewerten. Und der konnte um sagenhafte 1.259 Prozent gesteigert werden. Ja, von 0,68 Milliarden, was ja auch viel ist, 86 Millionen, auf 9,2 Milliarden. Und wichtig ist natürlich jetzt hier im Quartal. Das heißt also, mal 4, da sind wir in einer Größenordnung bald bei 40 Milliarden Dollar im Jahr. Wir gucken uns mal an, was so die Haupttreiber waren. Und da sehen wir das KI, also die Künstliche Intelligenz. Und da sagt man, in der Branche ist Nvidia mit seinen Chips, also die Grafikchips, sind die Prozessoren, die so KI-Center betreiben, wenn eine Künstliche Intelligenz lernen muss. Und da sagt man, Nvidia ist so circa ein Jahr den Wettbewerbern voraus. Und da sehen wir auch, dass die Datencenter mit 14,5 Milliarden Umsatz natürlich der Haupttreiber sind. Danach kommt Gaming, was man immer so als Privatkunde so im Kopf hatte, früher von Nvidia, nur mit 2,8 Milliarden, aber auch das ist natürlich ein Batzen Geld. Und dann kommt etwas, was wir sehr viel in der Presse sehen, zum Beispiel jetzt bei BMW, Mercedes, die Fabriken, die werden alle von Nvidia auch gepowert. Und das sind 0,7 Milliarden, also auch schon fast eine Milliarde, muss man sagen. Also auch da geht das Wachstum stark voran. Wir haben ein großes Problem gehabt, weswegen auch der Aktienkurs zwischenzeitlich ein bisschen eingebrochen ist. Und das war China. Es wurde also von der amerikanischen Regierung verboten, dass Nvidia Superchips nach China liefert. Aber auch das Problem wurde zumindestens temporär umgangen, indem man nämlich extra ausgewählte Chips für den chinesischen Markt baut, die man dort verkaufen darf. Ja, jetzt kann es sein, und das ist so ein bisschen eine Sache, quasi wenn man etwas Negatives finden möchte, dann wäre es das, dass natürlich sein kann, dass auch diese Chips mal irgendwann wieder verboten werden von der amerikanischen Regierung. Aber aktuell gibt es also Chips, die ausgeliefert werden können. Und die Chinesen alles, was sie wegkaufen können an KI-Chips, kaufen sie tatsächlich, weil China ja selbst gesagt hat, dass sie als eine der KI-Supermächte in der Welt gelten möchten, müssen wir sie sein möchten. Das spiegelt sich natürlich im Chart wieder. Wir sind jetzt hier auf einem neuen Allzeithoch, zumindestens Pre-Market heute. Also da sehen wir, dass die Quartalzahlen gut ankommen. Ich gehe auch davon aus, dass die Aktie jetzt weiter steigen sollte. Wir sehen natürlich, wir sind im absoluten Aufwärtstrend. Moment, also sehr, sehr interessant. Und jetzt wird es fundamental interessant. Ja, ich will euch da gar nicht mit sehr vielen Kennzahlen nerven oder sowas. Eine Kennzahl ist ja für einen typischen Aktienmarkt-Analisten sehr wichtig. Und das ist das KGV. Und wie wir das berechnen, ist, dass wir einfach den Kurs durch den Gewinn pro Aktie teilen. Und wenn wir das mal machen, und ich habe jetzt mal die 4,02 Dollar, die sie dieses Quartal verdient haben, einfach mal hochgerechnet, und die Prognose sieht sogar noch höher aus, also Nvidia sagt selber, dass sie im nächsten Quartal wieder um ca. 15% umsatzmäßig wachsen wollen. Und wenn wir also das einfach nochmal hochrechnen, das heißt, wir rechnen das Quartal mal 4, kommen wir hier auf 16,08 Dollar pro Aktie fürs Jahr. Und wenn wir das mal ausrechnen, dann haben wir, ganz kurz vorneweg, wir wollen eben mal gucken, weil das ist immer für uns wichtig, oder für mich als Analysten, wir wollen immer vergleichen zwischen den anderen Unternehmen in der Branche und dem aktuellen Unternehmen, was wir uns anschauen. Und dann können wir sagen, relativ gesehen zu einem anderen Unternehmen, ist das Unternehmen teuer oder nicht. Und wir sehen da, dass die anderen Größen, Microsoft, Meta, Apple, Alphabet, die sind so beim KGV so um die 30. Ja, Apple vielleicht so bei 33 Meter, ein bisschen günstiger, so bei 27, 28. Wenn wir das hier ausrechnen, dann kommen wir aktuell auf ein KGV von 31. Ja, das heißt, also ich kann mir jetzt entscheiden, von den Unternehmenskennzahlen, wie sie jetzt sind, kaufe ich da lieber eine Nvidia, die den Gewinn um über 1000% steigert, oder habe ich da lieber eine Apple, eine Meta, eine Microsoft, die vom Wachstum her nicht mehr so dynamisch sind, wie das zum Beispiel Nvidia ist. Ja, das heißt für mich, wo ich auch selber Nvidia-Aktien habe, ich halte die auf jeden Fall weiter, ja, man sagt immer, teure Aktien bleiben teuer. Das heißt also, gute Aktien, wenn die steigen, die werden natürlich immer irgendwo ein hohes KGV haben, einfach weil der Aktienkurs immer weiter wächst und deswegen das KGV typischerweise nicht so weit runterkommt. Aber wenn ich also sehe, dass vom KGV vor einem Jahr hatten wir über 100, ja, und da habe ich auch schon gesagt, bleibt man bei der Aktie drin, der Gewinn steigert sich doch auch. Und das ist ganz genau der Punkt in dem Moment, wenn der Gewinn Schritt halten kann, mit einem hohen KGV ist eine Aktie fundamental sehr interessant. Dementsprechend, ja, in einer gleichen Liga vom KGV her, wie die anderen Aktien, vom Wachstum her, aber meiner Meinung nach in einer höheren Liga, dementsprechend Nvidia fundamental für mich in keinster Weise teuer. Ich bleibe fundamental dabei. Und jetzt schauen wir uns mal an, wo sind denn technische Kursziele? Technische Kursziele nach meinem Handelssystem sind jetzt die nächste Unterstützung, das heißt, der nächste Widerstand-Kursziel ist 552. Da haben wir also jetzt noch 50 Dollar Luft nach oben. Das ist aber so ein Mindestkursziel, was ich sehe. Eher sollte es meiner Meinung nach Richtung 628 gehen, also locker nochmal 20% Luft. Deswegen bleibe ich auch bei dieser Aktie. Und wir wollen ja immer wieder überlegen, was machen große Fonds? Nvidia in dem Moment, wenn sie steigt und steigt und steigt, steigt sie ja auch in den Indizes immer weiter hoch. Das heißt, jeder Fonds, der den S&P 500 kauft, jeder Fonds, der Nasdaq kauft, der muss auch immer mehr von Nvidia kaufen. Und das ist ja der Grund, dass eigentlich Indizes nichts anderes machen, als die größten Unternehmen der Welt immer mehr kaufen. Ja, genau das wollen wir hier auch tun. Wir sehen, fundamental gut bewertet, technisch gut bewertet, bleibt für mich ein absoluter Kauf. Ja, wo mögliche technische Umkehrpunkte kommen, das kannst du jetzt in diesem Video sehen. Das zeige ich dir, wie man mit Divergenzen Umkehrpunkte findet. Schau dir das an. Ist interessant, wenn man zum Beispiel bei so einer Aktie nach einem möglichen Umkehrpunkt sucht oder wo man dann zum Beispiel aussteigen kann.